Moin, Dickermannfilmen, der Cora hier. Heute wieder mit Let's do was Sinnvolles. Let's play Left 4 Dead 2. So, da sind wir Left 4 Dead 1 und diesmal gehen wir in the forest. Hallo. Hallo. Ja, die selben Pappen da sind auch wieder da. Wer denn welche Waffe? Ello, ich hab hier... Ich hab ne Shotgun immer noch. Das automatische. So, Schlafdecke mit dir. Wo hast du eigentlich jetzt eine Machete? Entschuldigung, meine Güte. Ich hab eine Machete. Ich will auch einen haben. Ach, Oppi ist schonmal vorgegangen. Ja, da lag Alkohol im Wald. Geht doch mal alle weg hier. Befingert wen anders. Ich weiß, ich bin berühmt und so, aber... Ja, Entschuldigung, Oppa. Ich hab mir in den vergangenen Folgen aufgefallen, dass wir uns wirklich sehr oft selbst abschießen. Ja. Deswegen benutze ich keine Vollautomatiken. Ach, ist schön. Hier lang. Ich kann zielen. Ja, Oppa. Ist der immer so hetzt, oder? Warten wir hier nebeneinander? Ja, die gehen jetzt auch gerade vorteilhaft. Ah. Kommt dir die Gegend bekannt vor, Francis? Ja. Sehr. Uh, das ist echt. Hab hier was für euch. Wartet mal. Kennst du? Wo hast du? Und Munition. Und ich hab ne Magnum. Alles ist gut. Die Welt ist in Ordnung. Also... Spritze. Hast du eine Spritze? Ja, Spritze hab ich schon. Okay. Oh, die Kuh! Granate! Hör auf damit! Seh ich etwa aus wie die? Ja! 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 Irgendwie dunkel. Ich sah den... Ich sah den gerade auf mich zu. Komm, guck dir ins Auge und hack dir mit meiner Axt zu. Und es hat gezählt. Mehr will ich gar nicht. Ja! Was ist das? Achtung! Aua! 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 Kommt da nicht raus! Das blödes Blitter, echt. Äh, Razzi. Ich wollt grad sagen, geht da mal weg. Warum? Na okay. Au! Au! Für Katie ist da am humpeln so ein bisschen übrigens, warum auch immer? Ja, ähm... Die Gleise sind da unten! Mach die mal wieder ganz so ein bisschen. Nein, das geht doch noch. Alles gut. Geht doch noch. Was droht? Geht doch noch. Ja, ja. Huch! Arm fehlt nur ne Fleischhunde. Genau! Du solltest dich versorgen, Francis! Zum Glück, ja. Du solltest dich versorgen, Francis! Ja. War aber früh in Level. Hm. Ich schaff das noch. Kann man den irgendwo noch vorbrechen? Geht endlich raus! Häää! Ich hab ihn gehört! Oh, warte, ich muss eben noch... Aua! 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 No, da haben wir ein bisschen Action-Lock! Vorsicht! Da Razzi nicht so schnell kommt! Cora will uns nicht bei sich haben. Äh... 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 Tschüss! Ist die Tür zu? Und wir das nächstes Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!